Hallo und herzlich Willkommen zu einem neuen Video von meinadventskalender.de. Diesmal stelle ich euch den Ehrlich Brothers Adventskalender von Clementoni vor. Aufgeklappt sieht das Ganze so aus. Insgesamt sind also in diesem Kalender 24 verschiedene Zaubertricks enthalten und mithilfe dieses Begleithäftchens kann jedes Kind die Zaubertricks in Windeseile erlernen. Um euch einen kleinen Einblick in den Kalender zu geben, werde ich euch nun zwei der 24 Zaubertricks vorstellen. Bei dem ersten Trick werde ich mithilfe dieser magischen Schale 2,2€ Stücke in 3,2€ Stücke verwandeln. Bei dem zweiten Trick wird diese Schnur hier durchgezogen und nun zertrenne ich die Schnur in der Mitte. Das Ganze werde ich dann wieder rückgängig machen und wie ihr sehen könnt, hat die Schnur keinen Schaden genommen. Diese beiden Tricks und noch viel mehr sind in dem Kalender der Ehrlich Brothers enthalten. Weitere Infos zu diesem und auch anderen Kalendern findet ihr wie gewohnt in der Infobox. Ich hoffe euch hat das Video gefallen und ihr schaltet beim nächsten Mal wieder ein auf unserem YouTube-Kanal von meinadventskalender.de Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020